Hallo und willkommen zurück bei Vesmophobia. Servus. Heute sterben wir wieder. Stimmt, Schatz? Wahrscheinlich ich, wie immer. Hat einer eine Schlüssel diesmal? Ja, ich hab nur schon geholt. Gut. Ich hab mal keine Taschenlampe. Das ist schlecht. Geh schon mal rein, sterben. Geh schon mal rein. Willkommen. Ach, ich kenn dieses Haus noch. Ich hab mal die Wutepumpefähne. Dann krieg ich ein Déjà-vu. Ich reagne. Also in der Garage ist kein Schaltkasten. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Echt. Im Bad, Arne. Und in der Wäschekammer, Arne. Wahrscheinlich im Keller. Ja. Ja. Und in der Wäschekammer. Und in der Wäschekammer. Und in der Wäschekammer. Ich geh mal hoch. Okay. Bist du hier? Ja. Wo bist du? Oh, hier ist was gefallen. Wo ist das? Irgendwo hier in der Nähe. Hm? Moment. Oben oder unten? Oben im Bad. Hä? Wo ist das? Da ist schmutziges Wasser. Oben. Ja, welchen Bad? In einem war ich schon. Ich. Hm. Ja. Also hier im Flur sind es nur 8 Grad. Oh. Ich hab Knochen gefunden. Oh. Im Bad sind es 1,2. Äh. Minus 2. Im Bad? Ja. Und es ist ein Buch. Wollen wir drei Jahre Aussprache bis jetzt. Ja. Oh. Er hat was ins zreckiges Wasser geworfen. Oh so. Also dann haben wir noch Buch und Gefriertemperatur. Also Dämon, Moroy, Revenant oder Shade. Was hat er? Nochmal. Wir haben Finger. Ne Quatsch. Da kommen ja gar keinen. Sorry. Wo war der Knochen? Hast du schon fotografiert? Hm. Der war in dem eine Zimmer. Da neben dem Bad. Was müssen wir noch machen? Was müssen wir noch machen? Räucherstäbchen. Buch hab ich fotografiert. Räucherstäbchen. Foto vom Geist. Na toll. Hm. Wo kommt sie mit? Wir haben ja einen Fingerabdrücker am Fenster. Echt? Ja. Oder was oben? Ich hab keiner. Da guck. Ich hab einer. Ah gut. Ich bin ja nicht da. Oh, ein Dämon. Ja, dann brauch ich die Dots gar nicht aufzustellen, oder? Was ist ein Dämon? Dann wär's ein Dämon. Vom Ding her. Vom Ding her wär's ein Dämon. Nee. Wieso? Wir haben doch keine Box. Wir haben Fingerabdrücke, Geisterbuchung. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich hab ja auch mal recht getan, oder? Ja. Ich hab recht oft. Ja, ja. Schnauze. Selber. Ich komm mit Räucherstäbchen. Nee. Doch. Das will. Grad zu leid's. Du siehst gut angefressen bis jetzt. Oh. Noch eh hapseln. Noch eh hapseln. Das war's. Kurz vor der Tür müsste er jetzt handeln. Hahaha. Das fänd ich auch noch witzig, ne? Mach trotzdem noch Kerls hoch. Mhm. So, den hatten wir doch dann Menschen so schnell identifiziert und zwei Dämonen hintereinander hatten wir noch nie. Oder? Hat noch niemand die Kamera? Äh, wenn ich jetzt Indy mit hochbringe, ja. Ich glaub noch ehpelt. Kann ich noch schießen. Ah! Was? Er ist durchsichtig gewesen, er war im Flur. Wildkummer. Oh, er huntet. Nee. Er huntet. Ach nee, wäre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen gekommen. Mhm. Ups. Ich hab sonst geräuchelt. Sorge. Keine Ahnung, hat grad gehandelt, oder? Keine Ahnung, was soll ich denn sagen? Ja doch, der hat gehandelt. Er hat gejagt, so. Gehandelt. Er hat gehandelt. Er hat gehandelt. Auch ne. Kamera. Schleppst du noch? Mhm. Oh, Mann. Oh nein, der hat mich? Ich dachte, der hat dich jetzt gemacht, weil ich wollte eigentlich dich opfern. Das geschieht hier, das ist so recht. Ich dachte, ich hätte mich dich noch, weil ich grad an dir vorbeirenne. Verdammt. Ich hab gemeint, das wär nur Ereignis. Nein. Das war Hunt. Bei mir hat er Ereignis gemacht und dann war Hunt. So, ich schmeiß dir mal die Kamera hier vor die Haustür. Verdammte Hacke, ich wollte dich eigentlich opfern, ey. Boah, bist du so asozial. Kennst mich doch. Verdammte Hacke. Ganz ehrlich. Hm? Also wer da eigentlich die Frau opfert, ne. Um seine verschissen die Haut zu retten, ne. Der hat's geil gemacht. Ach komm, du hast mich auch geopfert. Ach komm, ach komm. Du hast mich auch geopfert. Ne. Doch, Heste. Ich hab mit dir extra in dem Zimmer gewartet. Und hab gedacht, wenn wir drauf geht, dann zusammen. Du auf Arsch. Na, net Flure. Flure, net. Ich hab dich beleidigt. Genau. Phasmophobia in Jugendfrei. Ich will's direkt, äh, für, ja speziell für Kinder hochladen. Dazu wird er auch gefress. Oh. 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 Auf allen vieren. Oh, er ist da. Schatzi. Ich hab mich verlaufen. Scheiße. Oh. Weg, 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 weg. Ja, 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 ja. Läuft dann bis alle in dieselbe Richtung. Funktioniert immer gut. Ich tinder die Tür. Ich bin so viele. Wieso nicht hinter die Tür? Ich war nicht hinter die Tür. Ja, nicht hinter die Tür. Die KI lässt sich gleich hinter die Tür gucken. Echt? Ja. Shit. Wand. Hinter die Boxen gehen, bitte. Was lustig ist, ich sehe sie auch nicht. Ach, sie geht gerade die Trabona. Und besucht. Hast du aber abgewehrt. So ist es nett, ob die weg ist. Alter, ist die brutal. Also dann brauchen wir immer noch ein Bild, ne? Wieso ist die brutal? Weil die von einer Hand in die Next geht. Jetzt schon wieder. Oh, okay. Okay, sie geht jetzt statt zu krabbeln. Hals ist ein bisschen schön. Oh mein Gott, du erstickst. Das ist ein Dämon. Ich glaube, wir haben jetzt aber alle Fotos voll. Hast du noch eins gemacht? Ja. Ich muss den abdrücken. Ich sehe. Haben die ihn gelockt? Was ist da? Wir haben halt die Hand it upgecheckt gehabt. Nein. Das ist bestimmt ohne Kreis. Warte, ich gucke mal gerade, ob er es ist. Nur zu. Wir hatten kein Hand it upgecheckt gefunden, oder? Nein. 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 Guck mal hin, Tan. Ist ja nicht mal die Puppe da. Guck mal schnell. Nein, komm, ich schicke ab. Sonst sind wir wieder alle tot. Ey, bleibt raus. Aber ich gucke, will jetzt wissen, wo das scheiß Haunted Object ist. Ich kenn's. Das geht nicht. Äh, doch. Warte, ich glaube, ich hab's. Hm. Ne. Ja, dann. Da liegt sie nun und sinkt nicht mehr. Und fährt mit dem LKW da her. Davon. Das reimt schon mal nicht. Ich ist mal gespannt, ob es wirklich Dämon war. Da haben wir noch alles gefunden für Dämon. Das war Dämon. Welche Überraschung. Oh mein Gott. Ich mein, so ein Handicap hat er sich so schnell. Das ja. So, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.